Rausholen Wenn ich den der Kollege hier gleich ranprescht Und dann, ja Der Akura X ist zwar Akura RSX oder irgendwie so heißt der doch Ist zwar schön schnell, aber Ach, wir hätten jetzt vorm Rennen Unser Mikrotrick einsetzen sollen Haben wir nicht getan, haben wir nicht getan Wer war ich jetzt? Akura RSX RSX So, jetzt sind wir wieder an unserem Geburtplatz angelangt Und die Gegner, die können Staub schlucken Die können Fersengeld zahlen Schön auf meine Fersen schauen Schön meine Fersen hier polieren Ne, Fersen schlucken Fersen waschen Ne, Fersen sind so ein Teil der Akkorde Schön Hornhautschicht Ne, wäre einfach nur zu witzig Wer, wer das Rennen hier verliert Darf dem Gegner Die Hornhaut von den Fersen abschrucken Das wäre schlimmer Da, da, da würde ich das Nicht, wo einfach gleich In ersten paar Sekunden raushauen Alle Gegner in die Wand klatschen Jetzt stell dir mal vor Einer deckt, äh Und jemand von dem kriegt Auch noch Armeestiefel Und zwar wirklich Armeestiefel Den ganzen Tag im Winter Er sitzt an der Heizung Also in der Schule Da stinken Füße In den Winterstiefel Schon ordentlich Als es mal solche Armeestiefel sind Und da ziehst du die Wirklich nicht lang Aus Du bist den ganzen Tag Am rumrennen Von Schule Zu Dinger Zu Dinger Und ziehst die auch Wirklich nicht aus Und dann hast du Käse Ja, hast du mal Fuh, Fuß Gebrochen Da brauchst du auch Keinen Hitler Und keine Gaskammer Da reicht es dir mal In den Schuh reinzuschnuppern Gaskammer Pocket hier Da braucht man keine Pocket Edition Von Minecraft mehr Da reicht dir auch Die Pocket Edition Ganz ehrlich Jetzt am Ende noch ein bisschen Nitro rausgehauen Hatten sich an 0,00 Sekunden beschert Und dann auch noch Ach, jetzt hat es endlich aufgehört zu schneiden Wie schön, wie schön Unique-Vinyl haben wir freigeschaltet So, jetzt können wir das Turnier auch abbrechen Damit bin ich völlig zufrieden Wir brauchen kein Geld Wir brauchen gar nichts Wir müssen keine Fersenschrubben Ja So, Ladebildschirm Möchtest du mal verschwinden, bitte? Dankeschön Da, okay Born too slow Legend of Boom The Crystal Method Hoffentlich kein Crystal Method Ja, bester Start Ach, der Wagen Der hat ja auch Eine teuflische Beschleunigung Da haben wir immer Besten Start Bester Start Bester Start Yay Nicht gecrashed Also sorry, wenn ich jetzt voll ins Mikro geatmet habe Das ist nicht einfach so Ich kann es mir doch schon denken Dass ich voll ins Mikro geatmet habe Volle Kanne Schön reingepustet Naja, es kommt schon manchmal vor Wenn man ein hochsensibles Mikro hat Und dann reingepustet Naja Naja Kann man ja nichts machen Hatten halt eins Ich hätte mir so einen Brocken nehmen können Da kann man Der Teil kann man mitten in den Hurricanes Handy reinstecken Mit mal die Wind Wenn irgendeine Windböe Oder Wasserböe Oder was für alles Immer drüber preschen Wird man kein bisschen rauschen Ja Pop-up-Schutz Wäre zwar schön Schon irgendwie ein Privileg Jetzt aber nicht an dem Headset Und ähm Eine sehr gute Idee Wäre auch einfach Ähm Mir mal so ein Studienmikro zu besorgen Also ich weiß nicht Ab 200 Abonnenten Könnte ich mir so einen gönnen Wahrscheinlich Oder sobald das Headset Dann erneuert werden muss Naja Das ist noch nicht mal ein Jahr Also Naja geht schon Also ich schau mal Wie weit ich das hier noch benutzen kann Und Ja Dann urteile ich halt Ob ich mir wirklich Also ein Studienmikro Wird auch irgendwann mal herkommen Der Kanal wächst ja immer Wächst und gedeiht Auch mit den Fußballkollegen Die Aus aller Klasse Und so Die sich auch ab und zu Mal rein Äh Reingüben Oder rein Durch YouTube Bis zu meinem Kanal Mal Ähm Mal rauflinsen Oh du hast es doch Kurz Erstmal 100 Abonnenten Gerade Jetzt hast du schon Gerade mal Größeren Winterferien 125 126 Kann ich ja nur sagen Ja Mein Kanal wächst halt stetig Es ist ja nicht so Dass der Kanal immer stehen bleibt Man hat irgendwann mal eine Zahl erreicht 100 Da Das ist genug Ne Das ist nicht so Der Kanal wächst und wächst und wächst Da kann Da setzt man sich einfach eine neue Planke Von Video anzahlen Ich hab mir mal 100 Videos gesetzt Ab 100 Videos Das ist schon Das war schon eine Sache Der eine setzt sich 10 Videos Als Planke Er hat sich so ein Kamerade von mir Da war ich war auf Bildung Der hat einfach mal Der macht auch LPs Könnte ich auch mal einfügen Tue ich wahrscheinlich nicht Äh Vergesse ich sicher Aber der hat einfach 10 Videos erreicht Das ist eigentlich auch schön Dass es deine Planke ist Dass du die erreicht hast Dass es für dich viel ist Für mich ist es nicht viel Für mich Ich hab schon die 100 geschafft Für mich wären 1000 Das sind 10.000 Videos Ich bin bald an den 300 dran Aber 1000 Videos Dann ist die höchste Planke So setzt man sich immer wieder Ziele Die man erreichen will Auf die man Special setzt Wahrscheinlich 1000 Videos Wird wirklich ein Special Wert sein Beziehungsweise ja gut Bald hab ich auch die 10.000 Wenn die Videoaufrufe Das ist wirklich ja schön Aber da kann noch mehr kommen Ja Denn ja Weil was weiß ich 100.000 Videoaufrufen Oder Millionen Videoaufrufe Kann ich sagen Ja Das ist doch schon mal was Das ist doch wirklich Echt schon mal was Da kann man Wirklich sagen Ich bin voll stolz darauf Dass ich eine Million habe Wobei Solche Leute wie Gronk Kriegen in der Woche Eine Million Videoaufrufe Irgendwann mal Ich bin schon mit 10.000 Jetzt völlig zufrieden Ja Oder mit 1000 Videos Das ist doch echt mega Da müsste ich mal Glaubt 100.000 Aufrufe Dann entsprechend haben Wenn ich nur hier Das Videoaufrufe hätte Ne Das wäre das Nächste Ziel für mich Dann Wenn ich die 10.000 Videoaufrufe Geschafft hätte Das ist Was bald der Fall sein Aber das sind halt So Ziele Der eine sagt Für mich sind Da kann man nie sagen Es ist genug für mich Weil sobald man sagt Ja ich Träume jetzt irgendwann mal 100 Abos zu besitzen Dann schafft man die Und danach darf man es ja Vielleicht das nächste Ziel setzen Finde ich Wenn jemand da irgendwie sagt Mein Ziel war jetzt 10 Abonnenten 10 Abonnenten Jetzt mal zu packen Und dann ein kleines Special rauszuhauen Wie ist mein Meinst das Richtung Herbst Das wäre nur so wahr Äh ne Vor Gerade zu Schuljahresanfang 10 Abonnenten Das war mein Special Das war doch Zwar total billig irgendwie Aber es war einfach Es war es einfach Ich hab einfach Ein bestimmtes Ziel erreicht Und das nächste Waren einfach 25 Abos Ja und so setzt man sich Ziele Und so kommt man weiter voran Wenn man sich keine Ziele setzt Wenn man sagt Ich lass mich überraschen Bensin ich möchte Der hier hat Sonst so viele Abonnenten bekommen Die schaff ich doch auch locker In den Spielen Weil ich bin auch nicht so schlecht In den Spielen Ich versag zwar jetzt Die Zeit auch ein klein bisschen Äh warum haben unsere Waren So komisch schon Vibriert da auf einmal Kann mir einer erklären Bitteschön Alter sehe ich echt nur noch schwarz So leichtbau Profileistung Sparko 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 Sehe ich hier Da nehme ich doch Da kann ich mich nicht entscheiden Äh was nehmen wir Sparko Sparko Oder Sparko Ich nehme Sparko Ähm Aufhängung Was gibt's denn hier So Ähm Neu Speed Ne halt Halt Abbrechen Und HKS Ne wir haben NX Dann nehme ich das hier Und ähm Als nächstes schnappe ich mir Nitro Das nehme ich mir Nehme ich Oh Dann nehme ich mir NOS Auf jeden Fall mal Und dann Gehe ich auf die Rennkarte Und dann machen wir noch Ein kleines Sliding Für Anfänger Für Ein Pro Sliding Für Anfänger Yay So Ja ich muss zwar An Level 3 Für maximal Nitro Schub einbauen Aber der Ah Soll auch schon reichen Meine ich jetzt Ach so Den Wagen Den kriege ich ja gar nicht Hier Den kriege ich ja gar nicht Rausgeschleudert Der Wagen ist ja Miserabel Zum Gefden Und der Miserabel Der Arresis Also auf Ähm Schwer schaffe ich's nicht Das kann ich euch gleich Woraussagen Schwer Bloß der Wagen Gleich tote Tote Hosen Kann man doch gleich Knicken oder 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 Nee Geht Eigentlich Ganz gut Wir müssen sich natürlich Gewöhnen Das ist immer Gewöhnungsbedürftig Von Wagen zu Wagen Aber der packt Punkte hier Der packt's auch Der packt seine Punkte aus Hier Den sind solche kleinen Punkte Dinger Da kein Problem Scheiße Natürlich Fahr halt scheiße Und da kriegst du halt auch Keine Ah Naja gut Fortfokus ist natürlich Drift King hier Ohne Grenzen Der Fortfokus Ähm RS Muss das eigentlich sein Da nehm ich die Obervariante Oberboss Variante Like Boss Nee Den Wagen können wir Knicken bei schwer Ähm Ja das Rennen möchte ich Aber trotzdem noch machen Aber dann für Mittel bitte Weil auf schwer ist Der Wagen hier echt Nicht zu bändigen Der Wagen ist halt Ein bisschen wenig Vom Handling her Und äh Der Wagen ist zwar Schön gut Aber fürs Driften Nicht geeignet Oder keineswegs geeignet Der packt zwar Große Punkte Ist aber sehr schwer Zu bändigen Um ihn zu halten Bitte Halt ihn mal Aber hallo Hm Ja der kommt auch nicht Aus dem Petten ey Der hat zwar maximale Beschleunigung Aber glaub nur mit Nitro oder so Ist gescheit Trotz neuer Moderner Mega Teile Da Schein's mir Der kommt echt Gar nicht raus Sein Stand Driften Drift Drift Drick Ne der Wagen ist ja Nichts vom Driften Das Driften Gears Du hast Du hast Du hast Oh 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 Den hatten wir doch Irgendwie schon mal So ein Name Vor allem Den Gears Der ist uns gerade mal Tausend Pünktchen Voraus Meins Meint er muss Der Obergangster Sein Hier Übers Natürlich Der überholt uns jetzt Damit wir uns Neues Ziel Setzen dürfen Jetzt geht er eigentlich Aber ich komme trotzdem Hier Trotz Controller Ich drücke die Tassen Glaubt Durch die Batterie Durch Puh Yes Manchmal muss ich Echt die Luft anhalten Weil es so eng Knapp Aber ne Der Wagen ist Nichts vom Drifting Dass das mal klar ist Vor allem mit den Reifen Wir können die Reifen Gleich wieder runter Machen Für den nächsten Ja ich auch Er hat sich voll im Griff Ja ich hab mich auch Voll im Griff Äh Mystical Wagen Was ist denn das Für ein Mystical Wagen Mystical Wagen Ähm Oder ist es so ein Ziel Toll mann Du hast deinen Wagen Auf Superstreet gebracht Auf Superbeformel gebracht So ein Drag Auf Easy Peasy Weil den möchte ich Nicht mehr aufschmieren Lass diese Ara Typen Altos sehen Nimm dir vor In einem Renten Auf der Geraden Downtown So wir lassen die mal Ganz kurz im Leicht stehen Weil wir wissen ja Was letztes Mal So passiert ist Ähm Ähm Höhe Wiss 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 Weiß ich nix Ich hab's versucht Ich hab mein Bestes gegeben Weiß ich gar nicht Specifically Nein Nö, nö, nö. Nee, never. Nee, nee, nee. Das habe ich vergessen. Oh, wir haben sechs Gänge. Das ist ja geil. Das ist ja oberduftig. 25 Sekunden. Alter Schwede. Und der Zug ist ja gar nicht gekommen. Apropos Schweden. Oder was? War es in Schweden? Ich glaube in Schweden war es. Die Deutsche Bahn hat es nach Schweden geschafft. Habe ich gehört. Ha, 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 lol. Nö, dö, 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 dö. Halt die Frist, sonst verklagt dich, Gehmer. So, Decayles. Level 3. Was war Level 3 nochmal? Motorhaube. Ähm. Wir haben zwar eine sehr schöne Motorhaube. Wir müssen da nehmen. Ganz standardmäßige. Und da seht ihr, ähm. Yo, ähm. Was soll ich denn reinschreiben? Akura. Akura. R, äh. R, R, S, X. Fertig. Gespeichert. So. Wir hätten zwar noch 4 Minuten, aber ich könnte ganz kurz noch ausrechnen. Da brauche ich jetzt nicht nochmal zu speichern danach. Und zwar haben wir, sorry. Aufwand auf die Rennkarte. Wir haben, äh. 111 durch 51. Ich weiß, ihr werdet, ähm. 51 durch 111. Ihr wisst, äh. Wer es weiß, wird jetzt sagen, äh. Was ist falsch gerechnet? Wer weiß, wie das Spiel ist, wird sagen, du hast völlig richtig gerechnet. Wir sind auf 45% vorgestiegen. So. Und damit sage ich. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder ist, let's play Need for Speed Underground.